Mompeo erhebt sich auf 457 Meter über dem Meeresspiegel, 32 Kilometer von Riti entfernt. Es zählt etwa 500 Einwohner und sein Gebiet gehört teilweise zum Naturschutzgebiet Nazanu Tiverefafa. Der Baronialpalast Orsini Naro, der nach der umfassenden Restaurierung durch die Gemeinde im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre wieder in voller Pracht erstrahlt, ist ein Gemuss bei einem Besuch in Mompeo. Das Wahrzeichen von Mompeo ist das Steintor am Dorfeingang, das in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erbaut wurde. Sobald man das Tor durchquert hat, steht am Ende einer steilen Straße die Kirche San Carlo auf einem Kalksteinsporn. Sie ist jetzt entweiht und beherbergt das Auditorium San Carlo.